Spazier Schreibst du? Wo muss das schicken bei Nummer 2? Beim ersten? Beim letzten? Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, vier, eins, zwei, vier, eins, vier, eins, vier, eins, du hast recht, das stimmt 1, 2, 3, 4 Bravo! Sehr gut! Sehr gut! Lächste Gruppe! Lächste Gruppe! Wir sind die nächste Gruppe! Was gibt es raus zu finden? Wer ist zu wählen? Die dritte Gruppe! Was wofür ihr da hat? Es waren 2! Wie viele spielen jetzt noch? Und 7! Hier was? Und hier was? Das sind die Roboten! Ja! Ja, das ist die 9. Ja, nein, das ist die 9. Wo spielt der Konto Wasser? Welcher Ziffer? Es spielt gar nichts. Nein, nein, eins, drei, vier. Neun. Wo spielt er? Schau mal. Drei. Wo hast du ihn spielen? Spielt er? Schau mal die Mecke aus. Bewegt sich die Mecke. Die Mecke ist eingefroren. Die spielen gar nicht, oder? Nein. Die habt ihr schon entdeckt. Aber ich möchte, dass die andere es auch entdeckt. Schau mal die Mecke.